Mein Beitrag heißt, sowas habe ich ja noch nie in echt gesehen und es geht um, hat den Untertitel, bringt eure Technik nach da draußen und es ist ein kleiner Erfahrungsbericht slash Gedanken, die ich hatte zu unserem Auftritt beim Hansekulturfestival, von wo auch dieses Foto ist, wo ich sehr verliebt auf den 3D-Drucker gucke. Genau, wir haben solche Sachen gedruckt, das sind Lesezeichen, die sehen unterschiedlich aus, wenn man sich so ein bisschen sie anguckt, merkt man das und haben unterschiedliche Farben und die Idee dahinter war so ein bisschen den Leuten 3D-Druck zu zeigen. Hier sieht das irgendwie, wie das Modell aussieht und hier ist nochmal so ein bisschen eine Darstellung, wie die so zusammengesetzt sind. Also man sieht oben immer ein historisches Lübecker Gebäude, nach unten hat man einen der verschiedenen Lübecker Kirchtürme und dann gibt es noch so ein bisschen Verzierung irgendwie, so gutisch und das ist das Konzept. Und dann haben wir da auf so einen Tisch also diesen 3D-Drucker dahingestellt und eins nach dem anderen gedruckt und Leute konnten sich das mitnehmen. Hier ist noch so ein Bild davon und da ist auch wieder dieses Bild, da konnten die sich dann überlegen, was sie haben wollen. Das war also praktisch unser Angebot und wir haben das Lübecker Lesezeichen genannt, soll 3D-Druck präsentieren und den Leuten ein Andenken geben, damit sie sich daran erinnern, wo sie gewesen sind, wie sich das für ein Lesezeichen gehört. Und genau, wir haben ein bisschen Lessons learned, die erste steht da schon, mehr kommen gleich auf den nächsten Dings, nämlich, dass man, wenn man sowas machen möchte, dann muss man reichlich vordrucken. Wir hatten so um die 25, 30 und nach ein, zwei Stunden hatten wir keine mehr und danach konnten wir immer nur noch drucken und das dauert halt einfach, so eine halbe Stunde so ein Ding zu drucken. So, genau, die Idee hier ist natürlich irgendwas zu machen, wo es zahlreiche Variationen gibt. Das ist bei 3D-Druck immer irgendwie wichtig, wenn du den Leuten immer das Gleiche druckst, dann ist es irgendwie nicht besser als ein Laden. Wenn du denen irgendwie sagen kannst, nee, du kannst dir selber aussuchen, was es werden soll, dann ist es plötzlich irgendwie interessant und individuelles Making und so, ne? Genau, wir haben mit dem Event im Gründerviertel dann auch irgendwie so halt mit den historischen Gebäuden irgendwie das Event mit aufgegriffen. Die ganzen Designs und auch die 3D-Modelle sind jetzt alle unter CC by NC Lizenz verfügbar, also falls jemand sich noch eins drucken möchte, kann man das jetzt einfach tun. Und ähnliche Ideen lassen sich natürlich auch mit anderen Geräten umsetzen und das wird auch gleich nochmal Teil von Lessons Learned. Genau, wir haben festgestellt, 3D-Drucker kommen extrem gut an, solange sie sich bewegen und sobald sie sich dann nicht bewegen, sind sie komplett egal. Dann steht da irgend so ein Gerät, das kennt man nicht, das versteht man nicht und man weiß nicht, was das ist und man guckt da nicht weiter hin. Okay, solange sie sich bewegen, sind sie der absolute Hit. Also das Zitat, sowas habe ich ja noch nie in echt gesehen, ist neben, was ist denn das und ist das ein 3D-Drucker so ziemlich eine Sache, die du alle 20 Minuten hörst? Also überraschend viele Menschen haben einfach noch nie einen 3D-Drucker gesehen. Das mag für uns inzwischen total langweilig sein, aber das ist für viele Menschen da draußen der erste Kontakt mit dieser Technologie. Ich wette, das gilt für viele andere Technologien, die wir hier rumstehen haben und gar nicht mehr so spannend finden, auch übliche Fragen, die man kriegt, ist dann irgendwie, was das so kostet, wie umständlich oder kompliziert das alles ist, was man noch so alles machen kann, wie viel der Druck kostet und ob man mal eben die Waschmaschine reparieren kann, beziehungsweise Leute fragen auch, ob man ihnen eine Waffe drucken kann oder so. Also die dummen Fragen kommen auch oder die uninformierten Fragen vielleicht, ist die freundliche Art es zu sagen und das Dienstleisterkonzept passiert auch stark. Hey, wo ich jetzt gerade sehe, dass ihr einen 3D-Drucker habt, könnt ihr mir nicht sofort irgendwie meine Waschmaschine reparieren. Aber im Großen und Ganzen hast du eine total neugierige und positiv gestimmte Gruppe von Menschen, die zum ersten Mal Kontakt mit einer Technologie haben und das wird sicherlich nicht nur bei einem 3D-Drucker so sein, sondern bei ganz vielen anderen Sachen, habe ich schon gesagt. Und deswegen ist mein Appell weniger an euch, aber wenn ihr einen Event plant, dann auch an euch, aber auch an alle Menschen, die vielleicht zukünftig dieses Video sehen. Bringt eure Technik da raus. Nehmt die mit, macht die an, zeigt irgendwas. Es muss nicht furchtbar sinnvoll sein, es muss nicht furchtbar komplex sein. Bringt Technik an Orte, wo ihr sonst nicht seid, macht sie an, zeigt sie vor. Es ist großartig und danach kommen dann auch durchaus Menschen in den Hackspace und sind neugierig und wollen mehr machen. Das lohnt sich. Macht das mehr. Vielen Dank. Applaus